Sie sehen hier das Rock'n'Roll Setup von Re-Jazz, zum ersten Mal hier elektrifiziert, am Bass Soundcheck Andreas Manz. Sieht fast aus wie eine Rockkapelle jetzt und nicht mehr wie eine akustische Jazzband. Ich bin heute nicht so getraubt, ich bin hier nicht erzählt laut, deswegen fang ich ganz schön an, was zu erzählen. Ich geh gleich hoch. Ich geh wieder, und es ist alles gut. Immer wieder das Problem zu kurz. Love Connection. We got a 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 love connection. So, Heiko, erzählst du mir heute was Lustiges? Was Lustiges? Ja, ich bin jetzt schon eher in Redelaune. Aber so richtig lustig bin ich noch nicht. Das kommt dann vielleicht beim nächsten Mal. Da erzähl ich dir vielleicht was Lustiges heute. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn Sie Heiko Himmighofen sagen hören. Machen wir mal einen Film, oder? Ja. Das ist der Jan. Jan ist so ein bisschen doof. Aber ein ganz lieber, gell? Du bist ein lieber. Sollen wir Musik machen gehen? Doch, komm. Ein bisschen. Wenn wir jetzt machen, was willst du spielen? Sachsenfrau? Sachsenfrau, wirklich? Echt? Nein, nein. Nicht. Wenn Sie nicht mehr, lieber Gitarre spielen. Nein, das sind shutting euer Requiem machbar. Nein, nein. 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 Nein.